Servus, grüß euch. Ich bin hier bei der Stahlkagel hinten und ich will jetzt auf den Plankagel gehen. Eine kleine Tour, Samstagabend. Wetter passt, es ist angenehm warm. Schauen wir, wie es oben ausschaut. So, den längsten Meter bis zum Gipfelkreuz. Da sind wir jetzt mit dem Gipfelkreuz. Einfach wunderschön. Und seitdem wir ganz allein herum sind. Musik Und da herum, wenn wir jetzt immer gerade die Krogel sitzen, kann das nicht mehr sein. Musik Musik So, jetzt bin ich bei den drei Meter Kreuzen angekommen. Das ist eigentlich mein letztes Ziel noch. Fast zum Paktus wieder zurückkehrt. Ich wünsche euch einen schönen Tag noch. Bis bald einmal. Musik 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 Vielen Dank.